Hallo ihr Lieben, wieder Zubehör für meinen T4, weil ja bei mir die Wände alle hier genietet sind und ja, die Seitenwand von der Schiebetür ist sowieso kaputt, die muss ich neu machen, die Löcher sind völlig ausgefranst. Da muss ich mir aber eine neue Platte kaufen und dann kann erst genietet werden und ja, hast du Ahnung? Oder was meinst du, ist das eine gute oder naja, ich denke mal, das werden wir auch sehen, wenn mein Schwiegersohn da dann machen muss. Also das ganze Set jetzt mit der Niedzange und hier ein paar Dinger und die, dafür habe ich 30 Euro bezahlt. Hier sind noch drei Aufsätze. Schwer ist das Ding, gern schön. Schwer ist das Ding, ja, ich denke mal, 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 ich denke mal